Das ist nicht einfach mal, das ist nicht festgeschoben. Kati, komm, hier siehst du, auch schön. Kann man mal kurz sehen, ob sie Leute mitnehmen. Das ist nicht einfach so schön. Das ist nicht einfach so schön. Ist das die ganz alte? Ja. Mit der Frau. Wenn die Frau mal mit einer anderen. Ja, ich geh nochmal runter. Ich geh nur in 20 km. Das andere war die Treibsner. Von allem in der Rundung. Nein! Oh. Ey, willst du was mal machen? Wir warten, bis die wieder da vorne an die Halsstelle kommen. Du weißt, was los ist. Und steigen da ein. Wir sind. Das kann man nicht mitfahren. Ach, in der Ehen spielt die Halsstelle. Ach, dafür war die Grüne. Da drinnen spielt die Halsstelle. Wir warten, bis die alle wieder da vorne ankommen. Okay? Ruhig, 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 ruhig. Das können wir nachher noch machen. Wie viele kommen noch? Ja, noch mehr. Wie viele kommen noch? Vier oder fünfe. Ach, wie schön. Ach, der Rudi. Sonderfahren. Ne, wir können nicht mitfahren. Weiterfahren. Mal weiterfahren. Mal weiterrutschen. Mal weiterrutschen. Mal weiterrutschen. Mal weiterrutschen. Weiter laufen lassen. Oh, das weiß er nicht. Mach den Fahrgast weg. Das klingt sogar! Das klingt sogar! Nein! Ja, freut sich um die Schafe! Die Oberleitungswahl fährt hinterher und knallt dann überall gleich wie das Netzwerk. Das hat gerade gemackelt. Das ist gerade gemackelt! Oh, die haben gemackelt! Was machen wir da? Klappen wir hier? Nein! Ey, warum lässt du hier so? Ja, das lässt du hier so! Klappen wir hier oder drinnen? Wir gucken uns das Geschlinge und... Na eben, gell? Warum machen wir das gut da oben? Wir gucken noch früher, wir gucken noch das erste Mal! Noch eine! Ja! Jetzt fahren ja alle Straßenbahnen! Ja, klar! Alles was fahren muss, muss fahren! Der Fahrplan muss ja auch eingehalten werden! Die nehmen wahrscheinlich nur an den Wändeschleifen! Na ja, beziehungsweise das sah aus wie geleibene Gäste! Kindergartengruppe und sowas! Ja, die können nicht fahren! Ja, die können nicht fahren! Die Frau kann sich ja jetzt die schöne Straßen zogen! Ja, jetzt, was ist das? Na ja, aber... Hey, die kommen! Ja, jetzt, was die ... 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